Hallo, mein Name ist Barbara Keller. Ich bin Ausbildungsberaterin für die kaufmännischen Berufe hier bei der IHK Bezirkskammer im SMO. Zu meinen Aufgaben gehört es, Unternehmen zu beraten, aber auch euch Azubis. Das heißt, in der Regel melden sich zuerst die Unternehmen bei mir, wenn sie das erste Mal einsteigen wollen in die Ausbildung. Dann nehme ich den gesetzlichen Auftrag der IHK wahr, die Eignung der Ausbildungsstätte festzustellen. Das heißt, zu prüfen, können alle Ausbildungsinhalte vermittelt werden und sind die Ausbilder persönlich und fachlich geeignet? Oder was muss das Unternehmen noch wissen und vorbereiten, um dann auch gut auszubilden? Aber natürlich könnt auch ihr Azubis auf uns zukommen. Einfach, wenn ihr Fragen habt, die ganz konkret zu beantworten sind, wie zum Beispiel, wie muss das Berichtsheft geführt werden oder wie viel Ausbildungszeit müsst ihr absolvieren, wie hoch muss eure Vergütung sein. Aber auch, wenn ihr schwierigere Probleme habt, wie zum Beispiel mit eurem Ausbilder oder wenn ihr das Gefühl habt, nicht richtig ausgebildet zu werden, dann kommt auf uns zu. Häufig haben Auszubildende die Sorge, dass wir direkt auf das Ausbildungsunternehmen zugehen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir gehen erst dann auf euer Ausbildungsunternehmen zu, wenn ihr uns direkt beauftragt, Kontakt aufzunehmen. Wenn ihr also Fragen oder Probleme habt, meldet euch bei uns und wir versuchen, euch zu helfen. Ausbildungsunternehmen Ausbildungsunternehmen Ausbildungsunternehmen